Musik Herzlich Willkommen zur neuen Folge MonangTV, heute aus Geiselwind. Wir spielen hier ein ganz, ganz tolles Festival zusammen mit unseren Freunden von... In Extremo, Knorrkator, Fiddler Screen und so weiter. Die Fimmatoren sind glaube ich auch noch dabei. Es ist im Moment noch ziemlich kalt, wir warten auf unsere Show. Hier wird ein Geiselwind. Ein Geiselwind, genau. Was für sich welche Folge jetzt war? Was machst du denn eigentlich Weihnachten? Weihnachten treffe ich mich mit meinen Eltern und da wird richtig schön mal privat. Habt ihr auch einen Tannenbaum? Nee. Ich feiere ja bei mir und bei mir gibt es sowas nicht, weil ich sowieso immer auf Tour bin. Hast du schon Kekse gebacken? Ja. Was für welche? Makronen. Und du hast mir keine mitgebracht? Nee, wusste nicht, dass du die so gerne magst. Ich liebe Makronen. Kokos Makronen? Ja. Oh! Fiese Map! Ich fahre Weihnachten. Heiligabend ist der einzige freie Tag tatsächlich. Danke schön. Da fahre ich zur Familie. Aber natürlich auch abends noch wieder zurück. Weil wir am ersten Weihnachtstag schon wieder auf Tour fahren. Wie feierst du um Weihnachten? Weihnachten? Was ist Weihnachten? Weihnachten? Was ist Weihnachten? Ja, genau. Was ist Weihnachten? Also erstmal muss ich noch Geschenke besorgen. Ich habe nämlich noch nicht alle. Eigentlich habe ich noch gar keins, was genau zu sagen. Und ich habe auch keine Idee. Also falls ihr Ideen habt, schreibt an. Nein. Egal. Ich glaube, ich bestelle bei Amazon dieses Jahr. Das habe ich noch nie gemacht. Das muss, glaube ich, immer sein. Und dann fahre ich zu meinen Eltern und zu meinem Hund, der bei meinen Eltern wohnt, weil wir sind ja immer unterwegs. Ja, und dann besuche ich die alle, Omi und Opie kommen zu Besuch und dann essen wir Raclette. Und Opa kriegt Kartoffelsalat mit Würstchen, weil er kein Raclette isst. Ja. Ciao. Oh. Bis dann. Bis dann.